Danke, Herr Langwein. Es ist 18 Uhr. Zoom-Meetings, Zoom-Talks beginnen immer außergewöhnlich pünktlich und damit wollen wir auch jetzt nicht sprechen mit dieser Tradition. Mein Name ist Verena Kasper und ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von Bettina Leidl, der Direktorin des Kunsthaus Wien beim Future Talk Climate Exchange zum Thema Landraub begrüßen. Das Kunsthaus Wien hat seit einigen Jahren einen programmatischen Schwerpunkt zu Kunst, die sich mit ökologischen Themen auseinandersetzt. Das ist auch durch die Gestaltung von Friedenzeit-Wundertwasser des Museums auch ein bisschen in die Architektur eingeschrieben. Mit Ines Dujak und ihrer Ausstellung Landschaftsmalerei haben wir wieder eine Künstlerin eingeladen, eine Ausstellung umzusetzen, die sich ganz intensiv mit Natur, Ökologie und Themen beschäftigt, aber die auch ganz stark verquickt sind mit gesellschaftspolitischen Themen. Anlässlich Ihrer Ausstellung, die bei uns derzeit zu sehen ist, haben wir diese Podiumsdiskussion heute zusammengestellt und dem Thema Landraub gewidmet. Michael Huber, Kunstkritiker beim Kurier, wird auch heute wieder die Moderation des Talks übernehmen und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Fall begrüßen und vorstellen gleich im Anschluss. Ines Dujak fehlt in dieser Runde, wie vielleicht einigen schon aufgefallen ist. Das liegt daran, dass sie offensichtlich ein Gebrechen an ihrem Auto hat und noch auf die Pannenhilfe wartet. Es kann sein, dass sie im Laufe des Talks noch dazu kommt. Falls es aber nicht der Fall ist und auch aufgrund dessen, dass dieser Talk im Zusammenhang mit Ihrer Ausstellung steht, hat mich Michael Huber gebeten, ein bisschen was über Ihre Ausstellung zu sagen. Das würde ich jetzt gerne noch machen, Michael, oder möchtest du vorher vorstellen? Ich würde sagen, bleib einfach dabei und erzähl was über die Ausstellung. Ich glaube, sonst würde ich jetzt geradebrechend über Ines Dujak sprechen und du kannst das besser machen. Okay, dann mache ich das sehr gerne. Wir haben Ines Dujak eingeladen, eine Ausstellung hier umzusetzen. Und es sind eigentlich zwei Teile, die wir präsentieren. In unserem Projektraum, der Garage, geht es stark um die Kolonialgeschichte, die verknüpft ist mit der Nomenklatur von Pflanzen. Auf was ich aber eingehen möchte, ist die Arbeit, die sie für den Außenraum gemacht hat. Im Innenhof des Kunsthaus Wiel. Ich habe im Chat eine Fotografie geschickt, wo man die Installation auch sehen kann oder zwei Tafeln davon. Und ist natürlich auch bei uns auf der Website zu sehen. Es sind Tafeln, die historische Apfelsorten, Stiche von historischen Apfelsorten zeigen, teilweise schon ausgestorben. Und auf die legt Ines Dujak Zitate, die sie über die Jahre hinweg gesammelt hat von sogenannten Landgrappern. Und zwar der letzten 400 Jahre. Auch nur mit Verweis auf die Quelle, wer das gesagt hat oder in welchem Zusammenhang das genannt wurde. Und ich möchte vielleicht eines davon vorlesen. Dann kann man sich schon vielleicht ein bisschen vorstellen, in was für eine Richtung das geht. Etwa ist überliefert von John Sibbenheim Furnival, ein britischer Kolonialbeamter, folgende Aussage. Die Truppenvölker haben ihre Unabhängigkeit verwirkt, weil es ihnen unter ihren Anführern nicht gelang, den Anforderungen der modernen Welt zu entsprechen und so zu ihren Bürgern zu werden. Das zeigt sich schon diese starke Verquickung mit der Kolonialzeit und dem, was wir auch heute im Landraub, wie dieses vielschichtige Agieren vielleicht zusammengefasst werden kann. Auch die vielfältigen Ausformungen von Landraub und wo das herkommt, werden wir hoffentlich heute Abend mit Ihnen eingehen können. Ines Duyack hat auch dieses Buch zu der Arbeit herausgegeben. Ich zeige es dir mal kurz. Wo diese Stiche, diese Tafeln auch jeweils abgebildet und nachzulesen sind. Das ist also ein Thema, das Ines Duyack, die sich auch viel mit Augen für Südamerika auseinandergesetzt hat, dort auch lange gelebt hat und immer wieder dort gearbeitet hat, einbindet. Aber auch jegliche Art von Unterdrückung, Rassismus und Sexismus sind Themen, die in ihrer Arbeit verwoben sind. Ich kann gerne, wenn es dann später noch gefragt ist, noch etwas dazu sagen, Michael. Falls dir etwas fehlt, ein Anhaltspunkt, kann ich das sehr gerne ergänzen. Ansonsten würde ich mich jetzt mal für Ihr Interesse bedanken und wünsche einen schönen und interessanten Tag. Ja, herzlichen Dank, vielen Dank Verena. Herzlichen Gruß und Willkommen an alle, die heute mit dabei sind am virtuellen Podium und im Publikum. Ich wollte noch zum Ablauf sagen, dass es möglich ist, im Chat Fragen zu stellen. Während der nächsten 40, 50 Minuten werden aber die Panelisten, weil Ines Duyack ja nicht da sind, ist es leider ein All-Mail Panel geworden, aber man möge uns das verzeihen. Während der nächsten 40, 50 Minuten werden die Panelisten sprechen. Es ist aber auch schon in dieser Zeit möglich, Fragen zu stellen. Und danach machen wir sozusagen das Forum auf und Sie können sich und sind auch aufgerufen dazu, sich einzuschalten, Fragen zu stellen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung. Es ist ein tatsächlich sehr vielfältiges, vielschichtiges Thema. und wo ich selbst auch sagen muss, dass ich natürlich jetzt als Kulturredakteur nicht Experte, aber doch immer interessiert, viel zu wenig wusste und noch immer eigentlich zu wenig weiß. Das wollen wir heute Abend unter anderem ändern. Ich begrüße jetzt einmal die Runde. Kurt Langbein ist ein Dokumentarfilmer und ich glaube zumindest für österreichisches Publikum, das sich für Dokumentationen interessiert. Selbst wenn Sie es nicht wussten, Sie haben sicher schon einen von seinen Filmen gesehen. Er ist immer wieder mit seinen Produktionen im ORF, aber auch auf anderen Sendern und auch im Kino vertreten. Ich nenne nur die jüngsten Werke, die er mit seinem Team gemacht hat. 2020 an das Essen, das Experiment. 2019 faire Mode statt Fast Fashion. Und 2015 kam eben der Film Landraub in die Kinos, der das Phänomen auf eine sehr umfassende Art mit Beispielen aus aller Welt illustriert. Kurt Langbein ist auch Autor zahlreicher Bücher. Bittere Pillen ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Und er ist auch Träger zahlreicher Preise. Zum Beispiel hat er 2018 den Rennerpreis für sein Lebenswerk bekommen. Thomas Fatheuer ist Sozialwissenschaftler und leitete von 2003 bis 2010 das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. Er lebt als Autor und Berater in Berlin und verfasste zuletzt den Bericht Landnutzung im Kontext der globalen Umweltkrise, der das Thema Landnutzung und auch Landraub auf seine ökologischen Implikationen abklopft und da entsprechende Daten zusammenfasst. Das ist auch ein sehr lesenswerter Bericht, der jetzt auch ein bisschen die Basis für seine Teilnahme an diesem Panel bildet. Lautaro Iriate lebt im Waldviertel in Horn, wenn ich das jetzt richtig realisiert habe. Richtig momentan in Wien, aber Hauptsitz. Er ist bei Fridays for Future aktiv, studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU, war zuerst Zivilwiener und hat sich eigentlich seit einiger Zeit ziemlich in dieses Thema des Umweltschutzes und des Klimaschutzes vertieft. Er hat gesagt, Klima, eine neue Perspektive von Charles Eisenstein und das leise Scherben von Martin Grasberger waren zwei solche Bücher, die ihn da so ein bisschen auf die Schiene gebracht haben zuletzt und sozusagen seinen aktivistischen Geist entfacht haben. Franziskus Forster ist der politische Referent bei der österreichischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauernvereinigung ÖBV, international bekannt als Via Campesina, die Interessensvertretung für Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in aller Welt. Er ist Unilektor an der BOKU und mitarbeitet bei der Nieleni Bewegung für Ernährungssouveränität. Er hat eine lange agrarpolitische Vorgeschichte, wie er in seiner Selbstdefinition geschrieben hat, bei Attac und insbesondere bei Agrarattac. Er hat Politikwissenschaften mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft und Ernährung studiert und konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Themen von, also auf viele Themen, aber vor allem Agrar- und Handelspolitik und Ernährungssouveränität. Er vertritt kleinbäuerliche Interessen auf nationaler und internationaler Ebene und ist auch als Pressereferent und Autor von Publikationen in dieser Richtung aktiv. So, ich hoffe, das ist für den Anfang mal ein kleiner Überblick für unser Publikum. Das Thema Landraub ist, glaube ich, vielleicht nicht das Prominenteste in der Diskussion um den Klimaschutz momentan. Vielleicht ist es auch eine Frage in die Runde, warum das so ist. Man schaut viel auf Emissionen, man schaut viel auf Monokulturen, aber diese Monokulturen finden ja auch irgendwo statt und wenn wir zum Beispiel diese Verkettung von Fleischproduktion, Futtermittelproduktion, Regenwaldrodung verfolgen, dann landen wir notgedrungen in Ländern wie Brasilien, wo das Land ja oft auch enteignet wurde. Ich hätte gerne den Herrn Vatheuer da mal gebeten, ein bisschen über seine Erfahrungen in Brasilien zu sprechen und zu erzählen, wie haben Sie das denn in Ihrer Zeit dort und auch seitdem verfolgt? Ja, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Brasilien ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Kolonialismus nicht eine abgeschlossene Vergangenheit ist, eine vergangene Geschichte, sondern die Struktur eines Landes bis heute prägt. Und das ist, glaube ich, kann man in Brasilien wirklich sehr gut sehen, und zwar an drei Punkten. Also im Grunde genommen ist ja die Eroberung Südamerikas, die Eroberung Brasiliens, das ist immer etwas über die Hälfte Südamerikas, eine einzige Geschichte von Landraub. Das Land hat vorher den indigenen Völkern gehört, die haben das gesehen, es gab keine Europäer dort, das ist völlig klar, die Europäer kommen, massakrieren die indigene Völker bzw. vertreiben sie aus zentralen Gebieten und richten da ein System ein, was durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist. Also der Begriff Latifundio, Latifundien ist auch noch in unseren Sprachen so eingegangen, erstens eine riesige Konzentration von Ländereien, also riesige Ländereien werden angelegt. Das Zweite ist, in diesen Ländereien werden Monokulturen angelegt, vor allen Dingen Zucker und Kaffee. Und diese Monokulturen sind exportorientiert, also sind nicht für die Ernährung der lokalen Bevölkerung gedacht, sondern für einen Weltmarkt. Das ist ein ganz frühes und sofort eingerichtetes System von einer Produktion für den Weltmarkt. Genau diese Struktur, riesige Konzentration von Land plus Exportorientierung, prächt bis heute die Landwirtschaft Brasilien. Also das ist gerade so frappierend. Der dritte Punkt ist, was dieses System geprägt hat, ist natürlich der Sklavenhandel, der Handel mit versklavten Menschen. Ein eigenes und ganz wichtiges Thema. Die Arbeitskräfte für diese Plantagenwirtschaft, für die Monokulturen, für die exportorientierte Agroindustrie wurde aus Afrika verschleppt, versklavt. Und bis heute brächt das auch die rassistische Struktur in Brasilien. Also das ist, glaube ich, das ist so frappant an diesem Beispiel Brasilien, diese Hereinreichen in die Gegenwart. Und das hat noch einen besonderen Tick. Man hat früher gedacht, naja, die Latifunde, das war mal von gestern. Wir hatten mal in den 50er, 60er Jahren, so bis in die Weltbank hinein, diese Vorstellung, man muss jetzt Agrarreform machen, Umverteilung von Land. Heute sieht sich das Agrobusiness mit seinen riesigen Monokulturen, von Soja, von immer noch Zucker übrigens, mit einem neuen Boom für Agrotreibstoffe, sieht sich das in Besitz dieser riesigen Ländereien, um sein System der Agroindustrie, der Exportorientierte Agroindustrie, als sozusagen den letzten Schrei der Modernität zu verkaufen. Ich glaube, das ist diese auch leicht absurde Geschichte, die uns Brasilien erzählt. Danke. Herr Langbein. Ja, um das vielleicht zu ergänzen, diese eindrucksvolle Erzählung. Heute dehnt sich diese Methode im modernen Kolonialismus, der den Landraub ja prägt, über die ganze Welt aus. Und zum Beispiel im Afrika südlich der Sahara sind geschätzt 400 Millionen Bauern, kleine Bauern tätig. Jetzt sind schon ein bisschen weniger. Und dort dehnt sich die Agrarindustrie in einem Maß aus. Und um eben diese genau dort auch wieder diese großen Flächen anzulegen für Zucker, für Agrotreibstoffe und vor allem für Palmöl. Und in Ostasien ist es nicht unähnlich. Dort ist es zum Teil noch der Regenwald, der komplett vernichtet wird mit all den Folgen für die Artenvielfalt und damit auch für Pandemien, die uns jetzt so viel Sorgen machen. Und die Dimensionen sind atemberaubend. Ich konnte mir das selber nicht vorstellen. Und ich hatte auch kein Bild davon. Ich glaube, es gibt immer noch wenig Bilder davon. Wir haben halt versucht, einige zu machen, was das bedeutet. Nämlich, also das Land wird geraubt und den lokalen Bauern wird die Zukunft geraubt. Die haben keine Zukunft mehr. Ein kleiner Prozentsatz kommt auf diesen Megaplantagen dann in einer Form von, die sehr an moderne Sklaverei erinnert, zur Beschäftigung und die anderen gar nicht mehr. Und der Druck natürlich dann auf Flüchtlingsbewegungen steigt dadurch genauso. Und es wird die Zukunft der Erde geraubt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, der, wie Sie richtig gesagt haben, viel zu wenig noch diskutiert wird. Die Agrarindustrie ist einer der größten oder sogar der größte Klimakiller. Die moderne Agrarindustrie, da gibt es verschiedene Studien, verbraucht etwa sechs bis zehnmal mehr Energie durch den enormen technologischen und chemischen Aufwand, als sie in ihren Produkten als Lebensmittel oder Treibstoffenergie wieder weitergibt. Die bäuerliche Landwirtschaft produziert mehr Energie, als sie verbraucht. Wir müssen nicht nur aus diesem, aber auch aus diesem Grund unbedingt zurück zu einer bäuerlichen Landwirtschaft und müssen versuchen, diesen fast grenzenlos fortschreitenden Treiben, das wird ja jetzt auch unter allen möglichen Entwicklungshilfeprojektaspekten etikettiert, ein Ende bereiten. Bevor wir zur bäuerlichen Landwirtschaft und wie sie etabliert werden könnte, möchte ich auf jeden Fall bald kommen. Ganz kurz hätte ich gern noch gewusst, wie kann man eben, weil das Wort Kolonialismus in diesem Zusammenhang sehr oft fällt, neuer und alter Kolonialismus. Wo kann man da Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen? Weil ohne jetzt ein Historiker dieser Bewegung zu sein, aber es wurde ja sozusagen im klassischen Kolonialismus, da gab es ja die holländische Ostindische Kompanie, die Westindische Kompanie, das waren ja eigentlich sowas wie kapitalistische Unternehmen im 17. und 18. Jahrhundert, die diese Kolonisierung oder die Bewirtschaftung ja schon vorangetrieben haben. Kann man von hier eine direkte Linie zu dem ziehen, was jetzt ein Agrarkonzern heute tut oder nicht? Also ich würde behaupten, ja. Die modernen Agrarkonzerne sind Megastrukturen, die auch unter Beteiligung vor allem unserer Finanzinstitutionen und Pensionsfonds arbeiten und die Lebensmittelindustrie ist mit denen komplett verquickt und das sind ostasiatische, also chinesische, amerikanische und europäische Mehrheitseigentümer darunter und die agieren ganz ähnlich, wie die ostindische Kompanie von den Niederlanden es früher getan hat. Ich sehe da eigentlich eine Kontinuität und mit ganz kurzen Brüchen dazwischen. Herr Forster, bitte entmuten. Ja, ich möchte vielleicht da nur einhaken mit ein paar Gedanken. Also ich finde vielleicht eingangs, jetzt gerade mit dieser historischen Perspektive auch noch einmal sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese Idee von Privateigentum eine sehr historisch sehr junge ist. Also das gibt es ein paar hundert Jahre und gleichzeitig ist das sozusagen in der aktuellen Diskussion etwas, wo man fast nicht mehr drüber hinausdenken kann. Und das ist eine Kontinuität an dem Punkt, dass traditionelle Landrechte, gemeinschaftliche Formen der Landnutzung bis heute in dieser ganzen Diskussion, in dieser ganzen Entwicklung auch aufeinanderprallen. Und das führt zu sehr vielen Konflikten. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und gleichzeitig ist er sehr wichtig, sozusagen, dass der historische Kontext ist auch sehr unterschiedlich weltweit. Also das muss man auch noch einmal berücksichtigen. Aber das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und der Zweite, der auch so eine Linie durchzieht, ist, ich finde, so ein Definitionsmerkmal von Landgrabbing ist, da kann man mit dem Begriff der Kontrolle festmachen, ist Control-Grabbing eigentlich. Und das bezieht sich sehr oft nicht nur auf Land als Fläche, sondern immer auch in Verbindung, und das passt sehr gut zu dem, was Herr Vater gesagt hat, eben zum Beispiel auch in Bezug auf die Kontrolle von Arbeitskraft, beziehungsweise auch und vor allem in Bezug auf die Ressourcen im Boden, also Wasser oder Bodenschätze dann auch. Also dieser Extraktivismus ist da auch so ein Begriff. Dafür quasi dieser Zweck der Ressourcenausbeutung. Und historisch hat die Reichweite halt dadurch dann auch gewonnen, dass zum Beispiel dann sozusagen je weiter und weltumspannender sozusagen sich dann auch die Märkte, die diese Exportorientierung sozusagen dann umfassen kann und dass immer mehr Produkte sozusagen da um die Welt gekarrt werden, sozusagen hat sich eben auch diese Dimension sozusagen laufend erweitert. Aber das finde ich auch noch einmal ein paar wichtige Aspekte zu haben. Wenn man die jüngere Geschichte ansieht, also ich glaube, Herr Langbein in Ihrem Film ist einmal eben auch die Finanzkrise von 2008 so ein bisschen als ein Punkt genannt, wo halt das Investment in Landressourcen so entdeckt wurde von einem gewissen Sektor, gab es da irgendeinen Kipppunkt oder ab wann sich dieses Phänomen sozusagen an einen Turbo eingeschalten hat? Also soweit ich habe begonnen, war das sozusagen ein Teil auch der Finanzkrise, weil die Spekulation zunächst mit Lebensmittel, Rohstoffen sozusagen ein extremes Ausmaß angenommen hat und ebenso wie die Immobilienblase dann irgendwie zu bröseln begonnen hat. Und gleichzeitig haben aber die Investoren und deren Gehilfen in den diversen Börsen irgendwie gesehen, dass die Übernahme von Verfügungsgewalt über Land eigentlich eine zentrale, ein zentraler Steuerhebel für sie in der Zukunft sein soll. Und man hat sie einfach gewähren lassen. Und das tut man immer noch. Und das ist eine Schande, finde ich. Wir müssen mit diesem Denken, diesem neoliberalen Denken ein bisschen aufhören und das relativieren, weil das so viel Schaden anrichtet und uns Schritt für Schritt überlegen, was man da dagegen tun kann. Das lässt sich ja auch bremsen. Die Frage ist eben, was begünstigt diese Entwicklungen und was bremst sie? Gibt es sowas? Also wir haben jetzt ein paar Produkte schon genannt. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die Treiber dieses Phänomens, was jetzt Exportprodukte angeht? Also bitte, ich weiß nicht, hätte ich gerne von allen, die dazu was sagen wollen, eine Einschätzung. Herr Eriate? Ja, also es ist natürlich, ich glaube, es ist nicht die Marktwirtschaft per se. Das, was sich Adam Smith ausgedacht hat mit seinem, der Bäcker, sagen wir mal, ist eigennützig, packt sein Brot und verkauft es am Markt und dadurch, dass er eigennützig ist, haben alle mehr davon. das Problem ist, dass dieses, die heutige, jetzige, auch kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtete Wirtschaftsweise und das Wirtschaftssystem dazu führt, dass natürlich, wenn alle Kosten Gewinn optimieren, heißt ja auch, gleichzeitig Kosten minimieren und wenn man in Konkurrenz zu einem Weltmarkt steht, der immer billigere Preise fordert, ist es natürlich, heißt es, ich muss meine Kosten in jedem Preis minimieren oder ich bin raus. Ich überlebe nicht als Unternehmen. Wenn wir zum Beispiel Brasilien oder Fleischproduktionskette, Fleischproduktionsunternehmen, die brauchen billige Steaks, dafür brauchen sie das billige Soja, dadurch tun sie ein paar Halbseidene oder ein paar Handlanger, rekrutieren die ihnen halt das Land beschlagnahmen und die Bäume fällen und die Kosten sind günstiger, weil es halt auch keine Wohnstandard gibt, keinen starken Staat in dem Fall, der eingreifen kann, weil ja, viele andere Probleme und es sind alle irgendwie gezwungen, derjenige, der quasi im Auftrag von dem Unternehmen das Land grabt sozusagen, muss das machen, weil er braucht das Geld, um die Familie zu ernähren vielleicht. Dieses Unternehmen muss das, in Anführungszeichen sage ich mal, natürlich gibt es auch die andere Entscheidung, aber in den meisten Fällen redet man sich natürlich darauf aus beziehungsweise hat man den ökonomischen Zwang, dass man quasi weiter bestehen möchte und sich deshalb für das entscheiden muss und das heißt, es werden immer die Kosten externalisiert, also sie werden weitergegeben eben an die Umwelt, die darunter leidet beziehungsweise eben an die Menschen, die ausgebeutet werden. Es ist aber eben, wenn man das jetzt quasi das System betrachtet, aus der individuellen Perspektive des Unternehmens, der Person, die quasi das Land grabt, die rational für sie, egoistisch gesehen, vernünftige oder nicht vernünftig, aber rationale Entscheidungen, um weiter zu bestehen. Und ab dem Moment, wo Systeme so fehl funktionieren, dass das individuelle Verhalten sich eigentlich entgegen dem richtet, was das allgemein wohl benötigt, das nachhaltige, vernünftige, zukünftige Wirtschaften beziehungsweise die Gesellschaft, ab dem Moment haben wir ein Problem. Wenn das in einem, quasi wenn das gleich wäre, also wenn man sagt, okay, die quasi vernünftige Entscheidung oder die rationale Entscheidung ist gleichzeitig eine, die sozialverträglich, eine klima-, eine ökologische, dann wäre alles wieder sozusagen halbwegs im Lot. Aber so wie es momentan ist, wenn man sich die Beispiele anschaut, da schreit ja geradezu nach kompletter, wie soll ich sagen, kafkaesker Absurdität. Absurdität. In Ihrem Film sind ja auch viele der Charaktere, die da auftreten, ja jetzt nicht unbedingt die, die jetzt böse nach Ausbeutung lechzen, sondern das sind ja Leute, die jetzt eigentlich, gibt es etliche Protagonisten, die da eigentlich mit einem ganz interessanten, durchaus aus ihrer Sicht völlig okayen Motiv auftreten. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was aus der Zeit erzählen, als Sie den Film gemacht haben. Was sind das für Leute, die Landgrabber, Landräuber, da nennt man immer ein Schwerkrimineller. Ja, ich meine, da gibt es natürlich solche auch drunter, aber ich kann da den Kollegen von Friday for Future nur zustimmen. Es ist die Logik des Handelns, die diese Menschen in Sachzwänge bringt, die sie zu unmenschlichen Handeln letztendlich und auch zu umweltzerstörerischen Handeln treibt. Es fängt, ich meine, unsere Supermärkte stehen unter dem Druck der ständigen Preisoptimierung, die Lebensmittelkonzerne, die Energiekonzerne, alle stehen unter dem Druck der permanenten Preisoptimierung und diese Kette setzt sich fort bis in die Ländereien und bis zum Plantagenmanager, der dann genauso in dieser Logik ist. Aber da muss man sich ja fragen, wo kann man denn diese Logik ein bisschen relativieren und brechen und um ihnen andere Sachzwänge auch noch zur Seite zu stellen, nach denen sie ja dann auch operieren. Auch die Finanzinstitutionen investieren in die Bereiche, wo am meisten Profit herauskommt und wenn das die Agrarindustrie ist, dann halt dort. Und da ist zumindest ein Ansatz aus meiner Sicht das Lieferkettengesetz, das ja erfreulicherweise jetzt zumindest einmal ernsthaft diskutiert wird und in einigen Ländern sogar vor der Realisierung steht. Das bedeutet, europäische oder Industriestaaten, Unternehmen, sei es Lebensmittel, sei es andere Produzenten, sind verpflichtet, soziale und ökologische Mindeststandards in der gesamten Lieferkette einzuhalten und diese Einhaltung zu überwachen von der ersten Produktion des Rohstoffes bis zum Endprodukt bei sonstigen Sanktionen. Das erscheint mir zumindest einmal ein bedeutsames Mittel. Um den Druck der Manager, die ja einfach nur das tun, was sie tun müssen, nämlich möglichst optimal, aus deren Sicht zu wirtschaften, dass das fatal ist, das ist nicht in ihrem Einflussbereich sozusagen, um die Handlungsparameter schrittweise zu modifizieren. Herr Vater, Sie wollten dazu auch was sagen, es kam auch eine Frage im Chat eben zu jenem Lieferkettengesetz, ob das positiv greifen kann. Ich kann da gerne was zu sagen. Ich wollte noch mal auf einen Punkt noch kurz eingehen, ist die Frage dieser Sachzwänge. Das eine sind die Sachzwänge von Akteuren, die dann im Hamsterrad drin sind. Das andere ist aber auch sozusagen der Impuls und der Anreiz, in dieses Feld einzudringen. Bei Landraub geht es ja darum, sozusagen sich neue Felder zu erobern und etwas Verhandelses zu vernichten. Das ist nochmal eine andere Logik, das muss man ja nicht machen. Da geht man rein, aufgrund der Aussicht auf Profit. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das ist auch die traurige Realität, dass sich, also jetzt, ich will auf das Beispiel Brasilien, das ich am besten kenne, zu sprechen, dass sich eben Landraub durch Entwaldung, das ist die hauptsächliche Dynamik, lohnt einfach. Und da kommt ein Punkt, ich glaube, den hat Franziskus Forster schon angesprochen. Man muss sich dabei klar sein, dass Land weltweit, in vielen Fällen, in den meisten Fällen, zu einer Handelsware geworden ist. Man kann Land kaufen und verkaufen. Und wenn man das ernst nimmt, heißt es, jede Ware hat einen eigenen Markt. Es gibt den, und das ist ganz wichtig in dieser Logik von Landraub. Land ist selbst eine Waage und die Aneignung von Land, unabhängig, was ich damit machen will, ob ich da Viehzucht drauf mache, Soja anbaue oder ein Swimmingpool hinbaue. Die Aneignung von Land ist bereits ein ökonomischer Prozess, der mit Profitinteressen verbunden ist. Man schätzt in Brasilien, wir kennen alle die Bilder vom brennenden Wald und man denkt, ja, das ist, ja, Leute brennen den Wald, ab, um hinterher Viehweiden anzulegen. Stimmt auch, wenn man sich die Satellitenbilder anguckt, stimmt auch, aber diese Viehweiden bringen oft gar keinen Profit. Die sind eine Form der Aneignung von Land und Profit bringt die Aussicht auf Steigerung des Bodenpreises. Das heißt, wir kriegen das auch nicht so leicht in den Griff, indem wir weniger Fleisch essen oder irgendwas, weil diese Aneignung von Land ihre eigene Logik hat. Zum Beispiel in Brasilien nationale Akteure wollen sich durch Landbesitz absichern gegen Inflationsgefahr. Also wir kennen hier das Wort von Betongold und das gibt es ähnlich in verschiedenen Formen. Das ist eben kein Beton drauf, das muss gar nichts sein, sondern Land als Sicherung von Vermögenswerten und Spekulationen für die Zukunft. Das ist leider ein ganz entscheidender Treiber von Landraub, zumindest in Brasilien. Gut, jetzt sehen wir auf den meisten Feldern sind Viehweiden, also ungeheure Fläche in Brasilien hat ca. 200 Millionen Hektar Pflanzen in Brasilien sind Viehweiden. Das ist so groß wie die gesamte landwirtschaftliche Fläche der EU. Oft steht nur ein Vieh, eine Kuh auf einem Hektar Land, sehr extensiv, aber eine riesige Fläche, die mit Viehweiden ausgefüllt ist. Und das Fleisch wird gegessen und exportiert. Jetzt kommt das Lieferkettengesetz. Ist ja ja schön, wenn wir sagen müssten, wir müssten die Produzenten nachweisen, dass das Land nicht aus Entwaldung kommt. Wie zum Beispiel so ein Soja-Abkommen, das mit Greenpeace ausgehandelt worden ist, dann soll exportierter Soja nachgewiesen werden, dass er nicht aus entwaldeten Flächen stammt. Jüngst entwaldeten Flächen. Irgendwann ist alles mal entwaldet worden. Was ist das Problem dabei? Das wurde schon gerade gesagt, das ist so konzipiert, dass dieses Gesetz für die Textilindustrie in Bangladesch. Wie sieht es mit der Fleischindustrie aus? Erstens, der größte Teil des Fleisches, das in Brasilien produziert, wird in Brasilien verbraucht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der größte Exporteur oder Empfänger von Fleisch aus Brasilien ist China. der größte Konzern, der Fleisch produziert und exportiert ist ein brasilianischer Konzern, Jota B.S. Freeboy, der sich damit rühmt, der größte Verarbeiter von tierischen Proteinen in der Welt zu sein. Das ist nicht nur der größte Fleischprodukt in Brasilien, sondern der größte der Welt. Das ist auch vielleicht eine Sache, kleine Unterschiede zu kolonialen Zeiten, dass wir auch jetzt sozusagen Big Player im Süden haben, die Stahlindustrie in Indien, kennt jetzt jeder, die Chinesen, aber eben auch brasilianische Konzerne, die durch so die Lieferketten jetzt gar nicht zu erreichen sind. Deshalb ist auch eine andere, eine nationale Initiative in Brasilien zu versuchen, dort eine Zertifizierung für Fleisch aus entwaldungsfreien Gebieten zu kennzeichnen. Auch da gibt es natürlich Probleme, weil das immer nur ein Teil des Marktes erfasst. Aber ich sehe da Grenzen, gerade in diesem Fall Fleisch. Der große Flöchtenverbrauch, der große Punkt, dass wir da so leicht mit einem Lieferkettengesetz leider nicht rankommen, was in anderen Punkten durchaus total Sinn macht und ein kleiner Hoffnungsschimmer ist. Herr Langbein? Ja, man darf nicht die Illusion haben, mit einem Lieferkettengesetz in der Europäischen Union die ganze Welt da wirklich substanziell zu verbessern, aber es ist ein Akzent in die richtige Richtung und vor allem in unserem Verantwortungsbereich, in unserem politischen Steuerungsbereich, weil das ist ja, wir können uns natürlich über die ganze Welt unterhalten und das sollen wir auch, aber eigentlich ist es die Verantwortung der Europäer einmal dafür zu sorgen, dass die europäischen Finanzinstitutionen, die Industrie und die Handelsorganisationen nicht zum zentralen Treiber dieses Landraubes werden oder es nicht länger sind, weil sie sind, wenn ich die Zahlen richtig kenne, immer noch die größten. Die größten Landräuber sind die europäischen Agrarindustrie und Finanzinstitutionen. Da gibt es verschiedene Abwägungen und die Chinesen werden immer mehr und natürlich gibt es auch Substrukturen, die jeweils relativ bedeutsam sind, aber die Erkenntnis, dass wir damit nicht die ganze Welt entscheidend beeinflussen, sollte uns glaube ich nicht davon abhalten, diesen entscheidenden Schritt zu tun, um zumindest unserer Verantwortung in unserem Bereich einmal gerecht zu werden und einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen. Es wurde die letzten vier Jahrzehnte darüber geschwiegen und es wurde alles akzeptiert und es wurde immer mehr und mehr und irgendwann sollten wir für unsere Verantwortung etwas tun. Herr Forster? Ich möchte vielleicht an dem Fleischbeispiel noch einmal klar zu sagen. Ich glaube das ist ein wichtiger Punkt systemisch darauf zu schauen. Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Es gibt die agrar-industrielle Produktionsweise, die darauf beruht, dass man Tiere in Massen hält einerseits und die Futtermittel von einem anderen Ort kommen und das wird monokulturell angebaut und es gibt eine andere landwirtschaftliche Produktion, die in Kreisläufen versucht, die direkt vor Ort Futtermittel zu produzieren. bei Wiederkäuern wäre zum Beispiel die ideale Form Gras fressen. Das ist etwas, was die Menschen selbst nicht essen können. Das ist ganz was anderes, als wenn man mit Soja füttert, Kraftfutter intensiv und das um die ganze Welt karrt. sozusagen. Und bei einem Lieferketten Gesetz müsste man in diese Richtung weiterdenken, dass dieses System letztendlich gebrochen wird, weil das führt vor den Futtermitteln auch zu einem Riesenproblem mit der ganzen Ressourcen Intensität, was Pestizide und Düngemittel betrifft, was das Lachgas einrechnet. sind das wirklich verschiedene Welten. Und ich glaube das wäre wichtig bei einem Lieferketten Gesetz überhaupt. Man müsste dann in Europa zum Beispiel dafür sorgen, heute ist leider ein Tag, der nicht so erfreulich ist mit der GAP-Reform, mit der gemeinsamen Agrarpolitik, aber im Grunde müsste man Formen ganz massiv stützen, dass sozusagen Fleisch beispielsweise vor Ort in Kreisläufen agroökologisch, jetzt Berglandwirtschaft in Österreich etc. etc. Da gibt es viele Möglichkeiten, die Sinn machen. Also dass man das voranstellt und das wäre sehr sinnvoll. Kurze Wertschöpfungsketten, kurze Lieferketten usw. Da müssen wir glaube ich sehr stark in diese Richtung denken. Ich würde gerne noch ein bisschen klarer verstehen, wie dieses Landraub abläuft, weil Raub ist ja an sich ein Gewaltverbrechen sozusagen mit vorgehaltener Pistole, wobei sich ja auch etliche Akteure, die jetzt eben ihre Plantagen für Palmöl oder was auch immer anlegen, ja sozusagen darauf beruhen, dass das ja irgendwie legal erworben wurde, dass es quasi grundbücherlich verbrieft ist, dass das Land ihnen gehört und so weiter. Wie und ich glaube, Herr Forster, Sie haben das schon angesprochen, diese Vielfalt der Systeme und der Rechtsverständnisse auch. Warum kann man trotzdem von Raub sprechen beziehungsweise welche systemischen Voraussetzungen müssten anders sein, dass diese Enteignung eben nicht so einfach vonstatten geht? Ich fange vielleicht mal an, aber das ist natürlich eine große Frage. Also ich denke, vieles ist tatsächlich, also ein historischer Blick auf Landfragen ist enorm wichtig und man glaubt es nicht, aber quasi das, was sozusagen verbrieft sozusagen irgendwo vorliegt, das kann durch historische Brüche sehr stark beeinflusst sein und die Menschen haben aber im Kopf historisch gewachsene Ungerechtigkeiten. Da ist Kolonialismus ein wichtiger Faktor, da ist aber in unseren Breitengraden zum Beispiel diese sogenannte Bauernbefreiung ein wichtiges Thema, also das Heraustreten aus der Leibeigenschaft und sozusagen das Eintreten in Landmärkte, die Grundentlastung und da sind historische Ungerechtigkeiten, die sozusagen lange über Generationen sozusagen auch in den Köpfen verankert sind und quasi dieses Spannungsfeld erzeugen, sozusagen in der Durchsetzung von privaten Eigentumsrechten, die exklusiv dann einer Person, einem Akteur gehören, im Gegensatz zu Almendeformen, zu Commons, zu gemeinschaftlichen Landnutzungsformen etc. etc. Und da ist dann diese Schritt für Schritt diese Enteignungsprozesse, die passieren und quasi diese Fragen aufmachen und quasi und das Spannende ist jetzt in der aktuellen Konstellation, das wäre vielleicht eine Diskussion, die wir auch noch führen könnten, quasi, dass diese Commons-Ideen, dass gemeinschaftliche Formen sozusagen wieder neu und relevant auch gewinnen und diese wichtige Antwort ist sozusagen ganz im Großen sozusagen im Umgang mit der sozialen und ökologischen Krise, aber eben auch ganz konkret im Umgang mit natürlichen Ressourcen, dass man da andere Formen entdecken muss und das neu beleben muss und das ist dann wiederum, das spielt sich alles auf Land ab, das ist ja alles sozusagen mit Land verknüpft letztendlich und das ist eine enorm wichtige Diskussion auf jeden Fall, aber man muss wegkommen von diesem exklusiven und quasi Begriff von Eigentum, das ist ein Grundproblem, das sich sozusagen weltweit an vielen, vielen Orten zeigt. Ja, oder Herr Langbein, haben Sie direkt was dazu? Nein, nicht dazu, ich wollte nur zwei Beispiele erzählen, das kann ich nachher auch. Okay, ich wollte auch noch ein bisschen eine andere Frage stellen, beziehungsweise ich habe das so mal gelesen oder verstanden, dass viel Land, das eben zum Beispiel, wo Indigene die das, auf dem sie gelebt haben, die das benutzt haben, halt in dem Rechtssystem, von dem Staat, in dem sie dann leben, eben nicht zum Beispiel grundbücherlich eingetragen sind oder halt eben nicht sozusagen, das ist sozusagen nicht offizielles Eigentum von ihnen, wodurch es natürlich sozusagen auf diesem halblegalen, sage ich mal, Weg leicht wird, dieses Land einfach zu okkupieren und zu sagen, ja, es gehört ja eh niemandem, weil es ist niemand eingetragen, es wurde aber natürlich jahrhundertelang von ihnen benutzt und gepflegt und sie nennen es halt vielleicht auch nicht Eigentum, aber das glaube ich ist auch ein Problem, oder? Sehe ich das richtig? Ja, dazu wollte ich gerne zwei Beispiele erzählen, die das genau illustrieren, glaube ich, und die auch die Bedeutung Europas dabei illustrieren. Das eine ist in Sierra Leone, ein Projekt einer von der Schweiz dominierten Firma, das als Entwicklungshilfeprojekt gedeutet wurde, ja, da geht und dort gibt es traditionell und historisch kein Privateigentum an Boden, sondern die Dörfer verwalten ihre kleinbäuerlichen Strukturen gemeinsam und da gibt es halt verschiedene Regulative und jetzt hat sich dort glatt sozusagen mit europäischer Supervision dieses Riesenunternehmen hingesetzt und hat den Vertretern der Dörfer auch noch einen Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt, einen britischen, was an sich schon absurd ist und die haben miteinander einen Vertrag ausgehandelt, der 99 Jahre die Verfügungsgewalt über mehr als 90 Prozent vom Boden für einen Pappenstiel von ein Euro pro Hektar den Konzern übergibt und das wurde sozusagen nach unserem Verfügungsrecht und Eigentumsrecht abgeschlossen und es wurde sogar eine Schiedskommission eingesetzt, also die Bauern, die Dörfer, die Dörfler könnten sich sogar wehren, die sitzt in London, die Schiedskommission und das zeigt irgendwie dieses scheinrechtliche Primborium das da geschaffen wird, um die europäischen Konzerne sozusagen denen ein Alibi zu verleihen oder in Kambodscha wo was ist es ein bisschen anders, aber im Ergebnis recht ähnlich, dort hat ein großes EU-Programm zur Einführung des Grundbuches geführt, um endlich sozusagen Eigentums Sicherheit zu schaffen und die trickreiche Regierung, sehr autoritär, also man kann von Demokratie nicht wirklich sprechen, aber voll unterstützt von der Europäischen Union hat es geschafft, diese Anmeldetermine für die Landrechte der Bauern, die über viele Generationen, da gab es natürlich auch noch Verwerfungen durch die Roten Kmäher und die Verbrechen, die da gegangen sind, worden sind, aber die Leute hatten ihre Nutzungsrechte immer historisch einfach durch faktische Tun und man hat die dann daran gehindert, das rechtzeitig anzumelden, überwiegend und dann saßen die alle ohne Rechtstitel da und dann hat der Staat entschieden, na gut, wenn da niemand ist, dann vergeben wir das an die Konzerne. Also diese Spiele werden in großem Ausmaß in ganz vielen Ländern gespielt, wo es eben kein Grundbuch oder ähnliche, ich meine, das ist schon eine Errungenschaft in Europa, das Grundbuch spielt sicher auch eine Rolle, auch bei der Stabilisierung des bäuerlichen Eigentums natürlich, weil man das nicht so leicht hops nehmen kann, aber da sind wir in einem sehr trickreichen Umfang und das, was ich ein bisschen aus Brasilien oder Lateinamerika gehört habe, ist in der Methode ja nicht unähnlich, also da wird einfach das große imperiale, koloniale Instrumentarium der politischen Macht gegossen in Paragrafen eingesetzt, um Verfügungsgewalt über dem Boden zu kriegen, der uns nicht gehören dürfte und über den wir nie und nimmer verfügen dürften. Herr in Brasilien auch in anderen Ländern Lateinamerikas sind die rechte indigener Völker und diese auch von traditionellen Gemeinschaften in den Verfassungen, in den Verfassungen, Nazien-Militär-Diktaturen dort erstellt worden sind, abgesichert. Vor allem in Brasilien, Ecuador und Bolivien, aber sogar auch teilweise in Kolumbien. Das hat sehr große Auswirkungen gehabt und gerade, wenn wir jetzt vor allen Dingen mal sehen, was so Kampffelder so einer Regierung wie Bolsonaro sind. Das ist genau der Angriff auf diese rechte indigener Völker, die in der Verfassung von 88 verankert wurde. Das heißt, es ist den indigenen Völkern das Recht auf Land anerkannt worden, auf das Land, was sie traditionell bewohnen und das ist verdammt viel Land. Das ist etwa ein Viertel der Gefeche von ganz Amazonien, also das ist als Amazonia legal definiert, das ist so ungefähr Frankreich und Spanien zusammen. Das ist sehr viel Land, dieses Land ist, da ist auch greift so eine Grundbuchlogik, weil die ist eher so, auch für Bauern ist die ganz gut, aber die ist, weil die auf Privateigentum gerichtet ist. Es geht hier um verfassungsrechtlich garantierte Rechte von indigenen Völkern, das ist jetzt auch in der zweiten Folge von traditionellen Gemeinschaften. Da gab es auch, das ist am Anfang nicht so verachtet, einen Passus, der die Rechte von den Gemeinschaften von entlaufenden, ehemaligen Sklaven, versklavten Menschen ansieht, sie werden Quilombolas genannt in Brasilien, die gibt es in ganz Brasilien verteilt und die haben auch durch die Verfassung ein Recht auf ihr Land bekommen. Das ist alles Land, kollektiv genutzt wird. Wir haben in ganz Amazonien die Hälfte der Fläche von ganz Amazonien. Amazonien ist riesig im Vergleich zu europäischen Maßstäben. Die Hälfte des Landes ist indigenes Land und Schutzgebiete. Schutzgebiete sind weite Form, da sind viele Gebiete von traditionellen Gemeinschaften drin. Es gibt eine Gegensache, die Verteidigung ihrer Territorien. Territorien ist in diesen Debatten ganz zentral geworden. und die gute Nachricht ist, da gibt es was zu verteilen. Wer hat es Fortschritte gegeben? Die schlechte Nachricht ist, dass genau diese Fortschritte heute unter einer Regierung wie Bolsonaro, wahrscheinlich auch in anderen Regierungen dieser Welt, unter massiven Angriffen und Bedrohungen stehen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht ganz kurz auf die Arbeit von Ines Duyak verweisen, die, wie ich finde, das sehr gut fokussiert, was für eine Geisteshaltung eben über die Zeit immer wieder hinter dieser Abwertung von Indigenen gestanden ist. Sie hat mit diesen kurzen Zitaten das extrem gut auf den Punkt gebracht, finde ich, wie da sozusagen diese Unterlegenheit der Indigenen oder traditionellen Gemeinschaften einfach einzementiert wurde. Ich frage mich jetzt so ein bisschen in gegenwärtigen Ländern des globalen Südens, wo jetzt die weißen Kolonialherren eigentlich weg sind, aber Leute wie Bolsonaro an der Macht, sind die die geistigen Erben dieses rassistischen Denkens oder verschiebt sich das irgendwo anders in eine andere Machtstruktur? Dann noch mal kurz darauf antworten. Also ich glaube, ja, sie kommen aus diesem Bodensatz oder diesem Bodensatz der ganz langen kolonialen Vergangenheit, den extremen sozialen Ungleichheiten, die das mit sich bringt und den rassistischen Strukturen. Also ich glaube, dafür ist Bolsonaro ein guter Vertreter. Es kommen ja so viele Aspekte rein. Ein Aspekt, den wir gar nicht erwähnt haben, ist Religion. Natürlich spielt bei Bolsonaro auch Religion eine Rolle und die hat ja auch in der ganzen Kolonialismus Geschichte eine große Rolle gespielt. Wichtig ist mir auch zu sagen, dass man vielleicht auch nicht die Schlange auf Bolsonaro starft, sondern sieht, dass es in diesen Ländern in Brasilien sehr viel Widerstand gibt. Es gibt im Vergleich, ich kenne Brasilien seit 1984, ich habe da lange 20 Jahre gelebt, also es gibt heute eine viel lebendigere Zivilgesellschaft als früher, es gibt starke soziale Bewegungen, es gibt die Landlosenbewegung, das alles ist zum Glück noch nicht weggefegt worden durch Bolsonaro. Wir müssen diesen Widerstand und diese Alternativen stützen, also Francisco Spos hat schon das Begriff der Agroökologie genannt. Es gibt in Brasilien eine ganz wahnsinnig starke Bewegung der Agroökologie, die auch inzwischen von den Landlosen aufgegriffen worden ist, die jetzt nicht nur der alte Kampf ums Land ist, sozusagen Zugang zum Land, sondern die andere Bewirtschaftung des Landes durch agroökologische Praxisen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht über diesen Übergestalt von Bolsonaro vergessen, dass dieser Widerstand da ist und lebendig ist und unsere Unterstützung verdient. Riate, vielleicht Herr Forsterum. Ja, das mit der Agroökologie finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich wollte nur noch mal zurückkommen zu dem sind die quasi Bolsonaro oder die Struktur momentan quasi die geistigen Herden sozusagen vom Kolonialismus. Ich habe meine Gedanken dazu sind, dass quasi Mindset des Kolonialismus hat sich zwar äußerlich geändert oder offiziell in den Geschichtsbüchern sagen wir Kolonialismus war eine Phase von wir lernen zwar schon noch dass es Ähnlichkeiten gibt aber also ich in der Schule zumindest dass der Kolonialismus quasi von diesem wir sind etwas Überlegenes und die Zivilisation muss quasi und der Fortschritt der muss quasi durchgesetzt werden und wir müssen expandieren und Land das Land das nicht benutzt wird das ist quasi wertloses Land das muss im Wert gesetzt werden das muss benutzt werden um der Zivilisation zu dienen und so das ist der Gedanke der quasi geblieben ist glaube ich also auch Entwicklung da war ja dieses gute Beispiel mit mit den Entwicklungs dass man das Länder entwickeln möchten man möchten helfen und so aber quasi mit habe ich mal wo gehört was aber zum Beispiel eben unterschiedlich ist ist eben dieses dass die Staaten jetzt offiziell unabhängig geworden sind sie sind früher war das ja britische kolonie war britische kolonie und stand ganz klar offiziell unter britischer staatsgewalt und heutzutage ist es nicht nur offiziell britische staatsgewalt oder welches Beispiel auch immer aber es sind eben diese strukturellen systemischen Zwänge und Ausbeutung und dieses quasi Mindset auch das übertragen ist auch wenn es offiziell am Papier Selbstbestimmungsrechte der Völker und so weiter eigene Verfassung Flagge und so aber so quasi im Unterbewusstsein im Mindset ist das glaube ich ziemlich also hat es auf jeden Fall so quasi eine Erbschaft gegeben Herr Forster vielleicht können Sie noch ein bisschen was erzählen zu diesem Thema eben vielleicht auch Positiv Beispiele mit Via Campesina was macht diese Bewegung und welche anderen Bewegungen sehen Sie global die eben genau dieser Entwicklung entgegenwirken es ist ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Eindruck dass die Konzerne wirklich über alles drüber fahren vielleicht kleinteilige Strukturen mehr oder weniger eher nur belächeln aber in manchen Gegenden ist das ja auch nicht so ich finde den Aspekt nochmal sehr wichtig das vielleicht war weg quasi es sind nicht nur die Konzerne die über alles drüber fahren sondern quasi das wird auch massiv geteilt von vielen Menschen insbesondere im globalen Norden also da wird vieles sozusagen was dann alles Komfort genau also das korrespondiert sehr stark also das ist wichtiger in der Analyse quasi zum Alternativen geht dieser im Blick zu haben was eine ganz wichtige Geschichte ist und die fängt im Grunde auch mit Landgrabbing an vor gut 20 Jahren ich glaube es war in den Philippinen quasi eine Mitgliedsorganisation von Lavia Campesina Bauern und Bäuerinnen erkennen wir brauchen sozusagen menschentrechtliche Bezugspunkte sozusagen für uns als Kleinbauern und Bäuerinnen und damit begann der Weg quasi der UN-Deklaration über die Rechte von Kleinbauern und Bäuerinnen und Menschen die in ländlichen Gebieten arbeiten so heißt UNTROP und die wurde 2018 in der Generalversammlung beschlossen das heißt das ist das ist auch noch ein wichtiger Punkt quasi dass sozusagen jetzt Kleinbauern Bäuerinnen eigene Kategorie sozusagen Rechtskategorie auch sind und das wurde erkämpft und das ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt im Ringen um Alternativen und da geht es sowohl um die Rechte auf Land da geht es aber auch um soziale Absicherung da geht es um Saatgut beispielsweise da geht es um viele Aspekte da kommt vieles zusammen das ist sozusagen ein Bereich den ich für außerordentlich wichtig halte und ein zweiter jetzt noch mal weil das Stichwort schon gefallen ist mit der Agrarökologie beziehungsweise übergeordnet vielleicht noch mehr Ernährungssouveränität die Agrarökologie eben als Alternative in dieser Produktionsweise das knüpft ja ein bisschen an was ich vorher am Beispiel Fleisch auch gesagt habe quasi im Wesentlichen ist da die Idee von quasi den Menschen die Nahrungsmittel produzieren quasi die Autonomie die Selbstbestimmung in der Verfügung über Ressourcen möglichst stark sozusagen bei denen zu haben die arbeiten die die Arbeit leisten in Wirklichkeit das bezieht sich auf Saatgut das bezieht sich auf Land und viele andere Wasser natürlich auch und viele andere Ressourcen und das in Kreisläufen so zu gestalten dass man eben sozusagen dann ja sozusagen diese Idee der Nachhaltigkeit sozusagen einerseits so wirklich dass die Menschen davon leben können und dass das sozusagen langfristig auch tragbar ist und da finde ich dann auch den Aspekt wichtig dann ist der Blick auf Land nicht nur die Fläche also Länge mal Breite oder so sondern dann wird auch der Boden zum Beispiel sehr wichtig das was im Boden sich abspielt dann wird die Landschaft wichtig dann wird sozusagen dann denkt man in mehreren Etagen Agrar Agroforstwirtschaft beispielsweise also dann hat man sozusagen nicht nur die eine Kultur sondern sozusagen im Mehrer da tun sie ganz neue Möglichkeiten auf sozusagen das ist ein völlig anderes Mindset eine völlig andere Idee von Landwirtschaft auch die extrem vielfältig ist extrem stark logischerweise Kontext angepasst und so weiter aber da da ist sozusagen völlig andere Möglichkeiten sind da gegeben für die Menschen die davon leben die da mitleben und die dann auch viel reichhaltigere Lebensmittel auch dann wo Menschen dadurch ernährt werden ein Themenkreis den ich gerne auch angesprochen hätte wäre das Greenwashing gewesen ich habe eben das Gefühl dass das Thema Landraub und die Problematik der Landnutzung sehr leicht zu verstecken ist hinter naja wir pflanzen ja eh Bäume und eben auch dem viel zu oft ausgehöhlten Begriff Nachhaltigkeit weil es kann natürlich auf einem enteigneten Land auch Bio-Landwirtschaft betrieben werden beziehungsweise in ihrem Film Herr Langbein gibt es ja ein ganz gutes Beispiel wo jemand sagt naja wenn man Corporate Social Responsibility betreibt wenn man irgendwelche Projekte anbietet für die Bevölkerung dann ist das ganz super und dann ist sozusagen der Weg frei für die Ballenölplantage wie kann also wo wo passiert sowas wo kann sowas vermieden werden und ist es für uns Konsumenten in der westlichen Welt überhaupt jemals zu durchschauen ich hoffe doch weil das was da passiert mit mit dem so diesen Sustainable Etiketten die sich die Industrie selber verleiht wo es leider auch die eine oder andere NGO gibt die ihnen da auch ein Feigenblatt abgibt das ist natürlich eine ganz fatale Geschichte und ich glaube auch da ist letztendlich der Gesetzgeber gefordert also für solche Labels die ökologisch nachhaltig verantwortungsvoll oder wie auch immer heißen ganz klare Kriterien definiert und damit diesen permanenten Nebelgranaten zumindest eine Bremse gibt Ja Herr Fathor hat auch in Ihre Richtung gefragt das Thema das da auch mitschwingt auch in Ihrem Text Carbon Offsetting auch bei Fluglinien und so weiter es werden eben jetzt verschiedenste Initiativen gesetzt um eben den Verbrauch von Flugverkehr und anderen Emissionen eben gegenzurechnen mit anderen Maßnahmen kann vermieden werden dass das auf dem Rücken eben jener Landbevölkerung geschieht über die wir jetzt gesprochen haben Also das Problem fängt natürlich da an wenn ich die Klimaneutralität ja jetzt alle europäischen Staaten und die EU zu ihrem Ziel erklärt vielleicht erreichen will durch naturbasierte Lösungen außerhalb des eigenen Kontextes wenn also wir in Österreich in Deutschland eure Wälder irgendwie anrechnet auf diese ganze Klimabilanz finde ich das noch ist das okay aber wenn man sagt naja aber damit kommen wir nicht hin mit der Klimaneutralität und da gibt es doch in anderen Ländern so viel Wald und so viel Land und die können ja ein bisschen aufforsten da haben wir so Win-Win Lösungen und lösen dadurch unsere Probleme ich glaube das ist ein ganz gefährlicher Weg weil also dummerweise wachsen auch die Bäume sollen zwar in den Himmel wachsen aber sie wachsen nicht auf dem Himmel das heißt sie wachsen auf Land und diese Sache Klimalösungen auf Naturbasen das gibt es mehrere aber das ist hauptsächlich Bäume Pflanzen das ist das was am besten funktioniert wollen wir saugen CO2 auch in ihrer Wachstumsphase und sind damit irgendwie die Nummer eins in dieser Klimaretter Phalanx wieder aufgebaut gerade als Nature-Based Solution heißt das oder Climate-Based Solution im englischen Slang also wir unterstützen irgendwo in Afrika es gibt ja schon eine Initiative dafür eine Milliarde Bäume weltweit zu pflanzen die Bond Challenge heißt das die Weltwirtschaftsordnung in Davos letztes Jahr war voller Kompromisse mehr Bäume zu pflanzen auch Trump war begeistert dabei das freut jeden Baum zu pflanzen aber diese Bäume die Klimalösung in Europa oder im globalen Norden stützen sollen wachsen dann auf Wohlböden die im Süden liegen und die dann nicht mehr für andere Sachen zur Verfügung haben und dieser Kontext also Land Nutzung für Kompensation zum Klimasünden des Nordens der ist hochproblematisch glaube ich und weil es eben das haben wir am Anfang auch gesagt alle hier die hier vereint sind dass es eben bei Land auch um Machtfragen geht dem gehört die Sache wer hat Verfügungsgewalt und dann wird sozusagen die Verfügungsgewalt über Land einer Logik unterzogen die nicht mehr die Logik der Leute die dort leben sein kann eigentlich es hat viele verschiedene Facetten es können vielleicht andere auch noch etwas ergänzen ich lasse es erstmal bei diesem kleinen Statement Herr Eriate ja also diese Kompensationen zum Beispiel beim Flug glaube ich gibt es wo man sagen will will man die CO2 Emissionen kompensieren und ich glaube letztens beim Burger King habe ich gesehen gibt es auch eine Box wo man Regenwald eben kaufen kann das wäre genau der Beispiel also ein Verein unterstützt der Regenwald kauft und ich nenne das modernen Ablasshandel weil im Prinzip was wird gemacht es wird den Sünden wird vergeben sozusagen am Papier man sagt okay sie haben so und so viele Emissionen im Flug ausgestoßen kommen auf sie hier können sie kompensieren durch die Bäume und damit können sie natürlich wieder mit einem guten Begewissen weitergehen und natürlich besser kompensieren als nicht kompensieren vermutlich also ist vielleicht interessant zu diskutieren aber wenn wir quasi das als Ausrede haben zu glauben wir können jetzt Emissionen langsamer senken oder oder weniger weil wir können sie eh kompensieren das führt ja nur dazu das Land ist ja eben eine begrenzte Ressource das gibt ja nur es gibt nur so und so viel Land auf der Erde und wenn wir auf der einen Seite eine Fabrik aufbauen oder weiß nicht ein Moor trockenlegen und dort etwas errichten und dann sagen ja okay wir kompensieren das eh auf einer anderen Seite wenn man das so weiter dieses Gedanken als Gedankenexperiment so weiter fortführt irgendwann gibt es kein Land mehr wo wir Bäume pflanzen und Fabriken bauen also irgendwann ist diese Logik auch zu Ende und es funktioniert auch deshalb nicht weil zum Beispiel das Kompensieren das dauert ja Zeit bis das wächst das muss ja auch einen richtigen Platz gepflanzt werden ich habe auch gehört dass es Organisationen gibt die hauen die irgendwo hin die Bäume und dann wachsen die nicht einmal gescheit das heißt das was eben auch über Jahre potenziell gebundenes CO2 ist heißt noch lange nicht dass das ökologisch verträglich ist mit der Umgebung also richtig eingebettet dass das dort überhaupt wächst und es dauert auch lange also ich sehe das ziemlich problematisch es gibt sicherlich einige gute sogenannte Nature Based Solutions ich glaube man muss aber eben auch wirklich sozusagen vor der eigenen Haustür anfangen und eben anfangen Sachen zurückzubauen beziehungsweise wieder weiß nicht Moore wie heißt das wieder zu befeuchten und Wälder die wir abgeholzt haben wieder aufzuforsten weil da bei einer Sache da habe ich mal glaube ich auch gelesen Bolsonaro auf Twitter hat geschrieben ja in Europa es wird sich irgendwie nur beschwert dass Brasilien seinen Regenwald abholzt in Europa hat er keinen Urwald gesehen und in diesem Einsatz gebe ich ihm irgendwie recht wir zeigen mit dem Finger quasi auf Brasilien dass sie jetzt ihre Wälder abholzen und dass das böse sind und er meint hey hallo ihr seid wirtschaftlich so gut aufgestellt weil ihr das schon vorher gemacht habt und nur weil wir aufholen wollen da sieht man auch dass die Staaten auch in dieser Logik gezwungen sind ein bisschen wenn man dieses Mindset hat wir brauchen Wirtschaftswachstum ich brauche Geld für mein Land damit ich überhaupt etwas machen kann als Staat weil sonst bin ich machtlos wenn man dieser Logik folgt führt das natürlich dazu dass es einen Konkurrenzkampf gibt und dass das irgendwann eben dazu führt dass die Entscheidung der Einzelnen nicht gut ist für das Gesamte und das führt dann dazu dass absurde Dinge entstehen ich meine es ist natürlich eine bevormundende Haltung wenn man jetzt sagt naja wenn man jetzt den lokalen Bevölkerungen die Kontrolle überlässt machen die ja vielleicht auch nicht das das ökologischste gehen vielleicht auch nicht super optimal mit ihrem Land um ich weiß nicht ist das schon ein bisschen kolonialistisch gedacht Herr Forster manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl die Leute auch die wohlmeinenden Milliardäre die jetzt Wald aufkaufen um ihn zu retten die erheben sich halt ein bisschen und wissen es besser ja also das ist das ist aus meiner Sicht keine Lösung also das ist genau also das der Punkt ist glaube so versuchen wir als Lavier Campesina immer zu agieren quasi also wir seit unserer Gründung 1993 die basiert auf dem Gedanken sozusagen uns Kleinbauern und Bäuerinnen geht es in aller unserer Vielfalt in den unterschiedlichen Kontexten in denen wir leben geht es uns um gleiche Anliegen wir haben gleiche Forderungen wir haben da was gemeinsam in unserem Widerstand und in unseren Ideen was den Alternativen sind und wären und deshalb vernetzen wir uns sozusagen weltweit und stärken uns in diesen Kämpfen sozusagen rund um die Welt und von da her zu denken ist glaube ich das Wesentliche also die Menschen also das ist so eine Klammer sozusagen die Menschen die in den Lebensmittelsystemen arbeiten die ins Zentrum zu stellen und von da her Alternativen voranzutreiben das ist eigentlich so ein wesentlicher Punkt und also wie kommen Milliardäre dazu quasi jetzt sozusagen dann für Risikolandflächen zu entscheiden also mit welchem Recht oder mit welchem genau also das Teil des Problems dass die überhaupt sozusagen so reich sind und sozusagen in der Lage sich befinden also das ist das ist denke ich so ganz ein wesentlicher Unterschied bei den Zugängen dann Herr Drater bitte gerne ja nur kurz dazu ergänzen ich glaube der Ansatz muss sein die Rechte der Menschen die dort leben also der traditionellen Gemeinschaft und der Völker zu stärken ja man muss auch Vertrauen haben dass sie vernünftige Wege bestreiten es gibt Argumente dafür Vertrauen zu haben also mit dem man ein bisschen auf der brasilianischen Ecke aber man kann ganz deutlich zeigen dass die Entfaltungsraten in indigenen Gebieten deutlich geringer sind als in anderen Gebieten ebenso in Schutzgebieten mit traditionellen Völkern und wo das anders ist wo einzige Gebiete relativ hohe Entfaltungsraten haben dann sind das meist Invasionen von Holzfällern die dort sind das Konfliktgebiete Indigene und reisende Völker ja die bauen an und dafür vernichten sie auch oder holten sie ab aber das ist eine Kleinfeld Landwirtschaft in der der Wald sehr gut wieder regenerieren kann da sind wie man ein Amazonas gesagt hat das sind die Nadelstiche im Wald und Nadelstiche sind ganz anderes als die Amputation eines Beins oder Arms das wächst nicht wieder nach und ich glaube diesen Unterschied muss man sehen da ist was anknüpfbares das ist jetzt auch kein Insel der Seligen da sind Konflikte da ja aber da kann sich was entwickeln während diese agroindustrielle Landwirtschaft die auf der Zerstörung von natürlichen Ökosystemen aufbaut überhaupt die Zerstörung ist sozusagen die Ausgangsbasis ihres Wirkens da gibt es keine Anknüpfunkel die muss eingeschränkt werden und langfristig zurückgebaut werden ich glaube das ist das was wir leisten können dass ich diese Formen nicht weiter ausarbeitet und da muss dann auch ein kleines Wort dazu da muss natürlich auch berücksichtigen dass diese Ausdehnung nicht nur auf Kosten von indigenen Völkern und auf Kosten der Biodiversität geht und wir haben jetzt noch gelernt in den letzten Jahren dass die globale Krise nicht nur eine Umweltkrise ist sondern auch eine Krise der Biodiversität das hat auch nochmal unsere Pandemieerfahrung verstärkt dass wir an eine gefährliche Grenze geraten sind der Zerstörung von natürlichen Ökosystemen auf dieser Welt und dass kein Modell mehr weitergeführt werden kann das auf der Zerstörung dieser Ökosysteme aufbaut Danke wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserer Zeit jetzt wollte ich mal kurz fragen ob es Fragen aus dem Publikum gibt bitte wenn Sie an spezielle Diskussionsteilnehmer Fragen haben oder selbst was dazu sagen wollen bitte jetzt ist die Zeit Akut höre ich jetzt nicht aber vielleicht ich glaube die Frage die grundsätzlich im Raum steht ist es kam aus dem Chat auch noch eine Frage ob das Thema im Green Deal ausreichend mitgedacht ist und generell wäre meine Endfrage eigentlich der politische Handlungsbedarf ist natürlich auf vielen Ebenen gegeben aber was würden Sie sagen was jetzt die wichtigsten Punkte sind die auf dem Tisch liegen und erledigt gehören Herr Landbein wollen Sie vielleicht noch kurz was dazu sagen tut mir sehr leid ich muss mich verabschieden ich von einer Stunde ausgegangen alles klar kann leider nicht mehr wünschen noch ein interessantes Gespräch danke auf jeden Fall fürs mitmachen Ja gibt es Ja gibt es anfangen mit kurz mit einer Prägenz werden also einer Seite finde ich es gibt ganz banale Sachen mit denen man anfangen kann oder erst mal Fehlentwicklung gegensteuern und wir haben eben gesagt dieses Lieferkämpfer ist ein positiver Ansatz und gleichzeitig sehen wir dass es die Europäische Union diesen EU Mercosur Vertrag abgeschlossen hat mit auch einer Regierung Bolsonaro als den wichtigsten Player der was vorsieht die Verstärkung von Fleisch und Zucker Ethanol Exporten also im Grunde genommen das international Verträge die das agro industrielle System verstärken statt es einzuschränken also das ist glaube ich eine Sache die sehr gut beobachtet werden wir haben sehr große Hoffnung in Deutschland auch auf Österreich dass sie dem Vertrag nicht zustimmen werden und auch auf den Widerstand der Bauern in Europa Irland Frankreich sind da besonders zu nennen Deutschland leider nicht so aber auch wir haben sich sogar auch etwas vorsichtig geäußert dagegen aber das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt solche Sachen dass sich noch einfach so auch daran klar machen das hat mit Handel das System zu tun und ich glaube wir müssen das aus deutscher Sicht an dieses perverse Schweinesystem rankommen also jetzt wirklich an das System geht es nicht um was politische Aussagen sondern die also es ist auch eine politische Aussage aber es geht wirklich um die Schweine unser gesamtes Deutschland ist zum Schweinefleisch Exporteur geworden auf der Grundlage des Imports von Soja aus Brasilien und Argentinien das ist ein perverses Modell unter miserabelsten Arbeitsbedingungen Erleichterung für die Energiepreise und dann eben tierquälerischen Haltungsbedingungen an so ein System muss man ran das ist das ist es ist eine Reformagenda dafür muss man nicht den Kapitalismus stürzen oder irgendwas und wir kommen da leider viel zu langsam voran obwohl das ein Punkt ist wo wir große Unterstützung auch in der Bevölkerung haben also wenn es in Deutschland Plebizid gäbe würde diese Massentierhaltung unmittelbar also da würde ein Verbot sofort eine Mehrheit finden aber das deutsche System ist nicht so ganz zu unterschätzen und die Lobbyarbeit von mächtigen Einflüssen Herr Iriate ist Landraub auf der Agenda von Fridays for Future eigentlich ein Thema Ja auf der Agenda ist es schwierig zu sagen da es ja natürlich verschiedene Gruppen gibt die verschiedenen Themen priorisieren aber so allgemein würde ich sagen es gibt schon ein Bewusstsein vor allem bei diesen internationalen Arbeitsgruppen für die auch aus der Kolonialzeit entstandenen Ungerechtigkeiten und Landraub jetzt auf Österreich bezogen also quasi die österreichische Arbeit glaube ich ist Bewusstsein vielleicht schon das ist jetzt gerade nicht der Fokus aber auch international schon es wird auch versucht eben die die Betroffenen also jetzt vom Klimawandel meist Betroffenen und das heißt MAPA Most Affected Persons and Areas quasi mehr zu Wort also dass dass die in den Vordergrund treten und dass man Leute die quasi echt betroffen sind ihre Geschichten hört und weiß das sind auch meistens die die eben kolonial ausgebeutet worden sind die sich nicht auch im Klimawandel die Anpassungen nicht so sehr also da also sich leisten können da gibt es schon auf jeden Fall ein Bewusstsein glaube ich inwiefern ich habe jetzt keine Umfrage zur Hand wiefern das Bewusstsein bei Fridays zu Landraub auch konkret da ist ich glaube es ist da oder es ist ein Entstehen es ist aber glaube ich noch auf jeden Fall Potenzial und so nach oben Herr Forster noch ja da möchte ich ja noch gern ein paar Sachen sagen also zum einen genau das ist ein Veränderungsbedarf und auch mit Blick auf den Green Deal also wir arbeiten seit Jahren immer an dieser Schnittstelle Agrarpolitik und Handelspolitik also die kann man nicht getrennt voneinander betrachten das ist so eine Ausgangs Grundidee und das sehen wir global dass diese große Notwendigkeit ist die Handelspolitik zu verändern Beispiel aktuell genannt bereits EU-Mercosur ist ein Paradebeispiel und gleichzeitig aber auch die Agrarpolitik so verändern da war anknüpfend an das was ich vorher zum Beispiel mit dem Fleisch auch gesagt habe wäre eine Möglichkeit und das voranzutreiben ist extrem wichtig da gibt es sehr sehr viel zu sagen aber ich möchte auch an dem Beispiel mit den Schweinen auch in Österreich gibt es da einen Riesenbedarf das weiß ich zufällig relativ genau es sind 670.000 Tonnen Soja die nach Österreich importiert werden für quasi Tierfütterungszwecke 320.000 für die Schweine da gibt es einen Riesenbedarf und da ist jetzt ein Beispiel um da ein bisschen weiterzudenken finde ich auch noch mal sehr wichtig derzeit wird Donau-Soja als Alternative sehr viel diskutiert und Europa-Soja und das ist zwar einerseits ein Fortschritt kann man sagen sozusagen im Ausstieg aus transatlantischen Soja-Importen gleichzeitig aber ein Riesenproblem aus meiner Sicht oder zumindest große Risiken potenzielle Probleme weil sozusagen das Soja dann aus osteuropäischen Ländern bis bis nach Kasachstan geht das übrigens quasi dann importiert werden soll also jetzt Ukraine Rumänien das sind jetzt so die klassischen Beispiele und das ist nicht die Idee sozusagen das eine durch das andere zu substituieren sondern wir müssen dann auch über Suffizienz über Reduktion und eben grundsätzliche Alternativen sozusagen auch Leguminosen andere Leguminosen statt Soja nachdenken das ist ganz wesentlich und zwei ganz kurze Punkte nur weil das die Brücke auch nach Österreich noch mal schlagt also einerseits Europa quasi wir arbeiten als Lavia Kampus wir vernetzen uns ganz intensiv um eine Landrichtlinie voranzutreiben also dieses Thema auf europäischer Ebene viel mehr noch und das mit einer Bodenrichtlinie auch zu verknüpfen das ist ein ganz wichtiges politisches Projekt und in Österreich auch wenn es jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht ganz groß ist aber das kann jederzeit auch wieder kommen das finde ich einen riesen Landgrabbing-Fall in Wirklichkeit auch ist die dritte Piste und da sind wir natürlich auch mit den Fridays denke ich in einem ähnlichen Boot unterwegs wahrscheinlich wenn es darum geht ist auch da Alternativen zu finden Ich weiß nur es kam auch eine Frage aus dem Publikum an Sie Herr Forster also quasi die Stadt-Land-Freikauf durch NGOs ist es da nicht besser oder ist es besser die politischen Rahmenbedingungen betreffenden Ländern zu ändern es ist natürlich immer die Frage wie kann man jetzt abseits von solchen Verträgen auf Regime einwirken die halt sehr offen sind für für solchen Landkauf von außen wo ja durchaus auch viel Korruption passiert hat man da haben unsere Staaten sozusagen da eine gute Handhabe Landfreikauf das bezieht jetzt auf die Idee das war was sie vorher kritisiert haben weil es geheißen hat also dass sie das nicht unbedingt unterstützen ja also die politischen Rahmenbedingungen müssen sich auf jeden Fall ändern und das ist sozusagen etwas was da wie dort passieren muss und ich finde das haben wir jetzt glaube ich eh ganz gut auch herausgearbeitet dass das auch zusammenhängt sozusagen also dieser scheinbar naturgegebene Bedarf in Ländern des globalen Norden sozusagen permanent auf intensiven Rohstoffimporte zuzugreifen aus anderen Ländern diese Strukturen müssen sich verändern das muss umgebaut werden und da gibt es eben dann die Alternativen mit Agralkologie und anderen Dingen das ist so eine Grundidee an die ich empfehlen würde weiterzudenken aber ich denke auch und da nur einmal ganz ganz grundsätzlich auch diese enorme globale Ungleichheit in den Vermögen also natürlich führt das jetzt vom Hundertsten ins Tausendste ein Stück weit aber es ist trotzdem ganz essentiell quasi auch jetzt was die Finanzmärkte die Regulierung der Finanzmärkte und Steuerflucht und so weiter also wo ist denn dieses Geld wo ist denn das Geld das dann dieses Land akquiriert und so weiter das sind die Punkte die ja wo es natürlich viele Baustellen gibt aber die sind jetzt nicht so so viel Fantasie braucht man sozusagen auch nicht um da Schritte zu setzen potenziell aber das ist eine wichtige Frage für die Zukunft natürlich ja wir sind jetzt doch schon bald eineinhalb Stunden hier ich werde also natürlich sind das alles Riesenthemen die man bis in alle Ewigkeit diskutieren könnte und auch muss ich möchte jetzt ja trotzdem mal einen Schlussstrich machen und nochmal auf die Kunst verweisen weil wir sind ja trotzdem auf dem Podium einer Kunstinstitution hier und ich glaube also ich habe jetzt da die Fahnenstangen der Kunst nicht so hoch gehalten aber die bewusstseinsbildende Kraft die da ausgeht die möchte ich auch nochmal ins Feld führen wenn Sie sich eben auch jetzt eben die Arbeiten von der Innenstudio anschauen die das wirklich sehr pointiert formuliert es gibt im Moment ja auch wirklich ein riesen Angebot auch an Dingen die man sich anschauen kann im Kunsthaus in anderen Institutionen es läuft gerade die Vienna Biennale die sich auf ganz vielen Plattformen damit auseinandersetzt also vielleicht wollte ich am Schluss noch einmal auf diese Angebote verweisen da auch mal hinzuschauen ich glaube gerade so komplexen Themen ist es gut immer wieder mal auch auch von ästhetischer Seite her das aufbereitet zu bekommen und in diesem Sinn wollte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken auch bei unserem Publikum natürlich beim Kunsthaus aus Wien fürs Hosten und mich herzlich verabschieden Dankeschön fürs Dachse Wiedersehen bis zum nächsten Mal